Tommy Krabweiß, Packwahn Meine früheste Kindheitserinnerung ist grün. Schuld daran ist ein grüner VW-Bus mit geteilter Scheibe und doppelter Klapptür an der Seite. Man würde es heute wohl Hippie-Bus nennen und irgendwie cool finden. Damals in den 70ern war das genauso normal wie Hosen mit Schlag von der Größe eines Tennisschlägers. Mein Vater, Werner Krabweiß, hatte die Inneneinrichtung des Busses selbst gebaut. Überhaupt hat mein Vater vieles selbst gebaut. Die Ewigkeit hierbei immer fest im Blick. So steht bis heute die wuchtige Garderobe aus Zehnerbalken im Eingangsbereich der Wohnung und auch die Dachschräge aus gebeizten Nut- und Federbrettern ziert immer noch das Wohnzimmer. Bis heute wartet mein Vater bei jedem neuen Besucher mit breitem Grinsen auf die Frage nach der bautechnischen Motivation einer Dachschräge im vierten Stock eines achtstöckigen Hochhauses in München-Neuperlach. Die Antwort lautet Stauraum. Mein Vater liebt kaum so sehr etwas wie Stauraum, aber davon später. Die Einrichtung des Hippie-Busses hielt also länger als das Auto drumherum. Irgendwann fuhr der grüne Bus nämlich nur noch 73 Stundenkilometer, weil er zu ebenso viel Prozent aus eingeschweißten Eisenplatten bestand, die den Abstand zwischen den Rosträndern irgendwie überbrücken sollten. Als es schließlich keine Stelle mehr gab, an der man hätte schweißen können, war es dann doch Zeit für ein neueres Modell, das zum Zeitpunkt des Gebrauchtkaufs allerdings auch schon zu den betagteren Versionen zählte. Da mein Vater als Automechanikermeister bei der Post arbeitete, entschloss er sich zu der Farbe Gelb, vermutlich weil er preisgünstigen Zugang zu entsprechenden Spraydosen hatte und schon voraussah, dass demnächst die erste von 100 Metallplatten farblich angeglichen werden musste. Die Inneneinrichtung jedoch wurde in weiten Teilen aus dem Hippie-Buss übernommen. Kein Wunder hatte sie doch nicht nur unzählige Reisen an den Rand der zivilisierten Welt überstanden, sondern auch Wassereinbrüche, Aufschläge mit körperlichen Vollkontakten und die ein oder andere Gasexplosion. Doch zurück zu dem grünen Urbus und meiner ersten Kindheitserinnerung. Ich sehe alles aus der Perspektive eines mutmaßlichen Kindersitzes. Neben mir sitzt meine Oma Maria Krabweiß, zusammen mit anderen alten Damen und Herren ihres Wanderkreises, dicht gedrängt auf der selbstgezimmerten Eckbank. Gerade steigt ein weiterer alter Herr, vermutlich mein Opa Hänsel, durch die Klappen und man schickt sich allgemein an, noch mehr zusammenzurücken. Mein Opa jedoch winkt störrisch ab, krallt sich stattdessen am Griff des Kühlschranks fest und sagt, dass er stehen wird. Sein Sohn, also mein Vater, versucht ihn zu überzeugen, sich doch besser zu setzen, aber er dringt ebenso wenig durch wie die anderen Stimmen im Auto. Also fährt mein Vater schließlich los und das erstaunlich ruckartig. Ich will ihm hier keine Absicht unterstellen, tu es aber doch. Sofort klappt die Tür des Kühlschranks auf und Opa Hänsel verliert den Griff. Nein, das stimmt nicht. Er behält den Griff, nur die Tür verliert ihn. Dafür plumpst Opa Hänsel an mir vorbei auf irgendeine ältere Dame, die so erschrocken aufquietscht, wie das nur ältere Damen können. Danach Aufruhr und die Erinnerung verblasst. Ich weiß, dass das eine seltsame Kindheitserinnerung ist, aber diese Szene ist unauslöschlich in mein Hirn eingraviert. Sie illustriert zudem mehrere Dinge, die mich entscheidend prägen sollten. Der Starrsinn Erwachsener, im Allgemeinen und meiner Familie im Besonderen. Die rustikale Art und Weise, mit der man sich untereinander beweist, wer Recht hat. Die Unzuverlässigkeit von Campingmöbeln, egal ob selbst gebaut oder direkt vom Fachbetrieb. Das grundsätzlich unzureichende Platzangebot. Das Platzproblem begleitete uns überall hin. Wie oben schon erwähnt, nahm es in der Wohnung seinen Anfang. Dort drückte es sich in Form von künstlichen Dachschrägen aus oder durch einen seltsam erdrückend wirkenden Kasten über der Wohnungstür, der gefüllt war mit Schuhwerk quer durch alle Jahreszeiten. Doch besonders kam das Platzproblem im Vorfeld der Campingreisen zum Ausdruck. Obwohl, ich muss mich korrigieren, irgendwie ist es gar kein echtes Platzproblem. Es ist eher eine Art Obsession über das Thema. Mein Vater pflegte schon mehrere Tage vor der Abreise mit dem Packen zu beginnen. Er schiebt das bis heute auf meine Mutter, die ja immer so unglaublich viel hätte mitnehmen wollen. Ich argwöhne jedoch, dass er an der Flut von Kram nicht unschuldig war, wollte er doch auf jedwede Eventualität vorbereitet sein und zudem nichts zu Hause lassen, was potenziell geeignet war, um im Urlaub für Spaß zu sorgen. Außerdem glaube ich, dass mein Vater wirklich Freude hat am Einräumen. Bis heute ertappe ich ihn dabei, wie er Stifte auf einem Tisch parallel zur Schreibunterlage ausrichtet und mit einem wahrhaft systematischen Wahn die Spülmaschine be- und entlädt. Wobei mein Vater nicht zwanghaft wird, ganz im Gegenteil. Auf Menschen, die ihn kennenlernen, macht er sogar einen lockeren, humorvollen und absolut Pferdediebstahl geeigneten Eindruck. Das trifft im Großen und Ganzen auch zu, außer es geht um Einräumen, Umräumen, Werkzeug oder Vorräte. Da entwickelt mein Vater eine Pedanterie, die ihresgleichen sucht. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der größere innere Befriedigung dabei empfindet, jede, aber auch wirklich jede freie Stelle mit irgendwas Nützlichem zugepfropft zu haben, bis tatsächlich kein Platz mehr frei ist, außer dem, an dem die Familie installiert werden muss. Hätte mein Vater sich jemals für den Gameboy interessiert, dann wäre er süchtig nach Tetris. Diese Packobsession führte dazu, dass wir in späteren Urlauben ein kleines Segelboot auf einem Anhänger mit uns führten, jedoch nicht in erster Linie, um es zu wassern, sondern um es bis unter die straff gespannte Persening vollzupacken mit Konserven, Kartoffelpüreeflocken, Glaskartuschen, Batterien, Dosenmilch und diversen anderen Dingen mit Aufblas-, Ausklapp- oder Faltfunktion. Ansonsten war das Boot nur noch dazu da, dass wir es einen Tag vor der Heimreise schuldbewusst zu Wasser ließen, um damit zweimal zu kreuzen und einmal zu kentern und es anschließend doppelt so lange zu säubern, wie der Segeltörn gedauert hatte. Anschließend wurde es wieder vollgepackt bis zum Rand und ich frage mich bis heute, warum sich die Menge der Vorräte auf der Heimreise nicht signifikant von der Menge der Vorräte bei der Abreise unterschied. Ich weiß genau, dass wir laufend gegessen haben, denn ich musste ja auch laufend abspülen. Aber was immer ich da unter dem eiskalten Wasser mit dem grindigen Schwamm von dem Plastikgeschirr kratzte, es kann nicht aus den Konserven gestammt haben, die wir im Boot hierher ans Ende der Welt gekarrt hatten. Denn die wurden nach dem Urlaub vollzählig wieder in die kleine Vorratskammer neben der Küche sortiert. Insgesamt beschleicht mich heute in der Rückschau die Ahnung, dass dieser gesamte Campingwahnsinn wenig mit Urlaub zu tun hatte, sondern vielmehr mit Zwanghaftigkeit und Ritualen. Das trifft auf jeden Fall nicht nur auf das Packen und die Vorbereitungen vor der Abreise zu, sondern auch auf die ewig langen und beschwerlichen Wege in das sogenannte Urlaubsland. Oder was mein Vater für ein solches hielt. Oder was mein Vater für ein solches hielt. Untertitelung des ZDF, 2020